Heyo Leute, und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich spiele heute Chana auf der Botlane als Support. Hat ja letzte Folge der Honey gemacht mit Chana als Support. Saira habe ich glaube ich schon ein Spiel. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau. Ähm, doch müsste ich normalerweise schon haben. Und von dem her gibt es noch ein Chana-Spiel. Wenn ich noch kein Saira-Spiel habe, dann spiele ich die noch morgen oder so. Und, ja. Was haben wir denn so bei uns? Ja, der Honey ist ja mit 4 Uhr auf der Toplane. Dann haben wir ein Kassaden Level 30 mit 100 irgendwas Normal Wins in der Mitte. Und der in Yasuo ist Level 30 mit 200 irgendwas Normal Wins in der Mitte. Beide sind zwar Bronze 4. Ich weiß gar nicht, wie es von der Ranked-Statistik her ausschaut. Aber ich glaube, da ist auch nicht allzu gut. Bei unserem Kassaden meine ich. Report Set. 4. Ah nein, ich wollte mir angewöhnen, dass ich das anders schreibe. Egal. Äh, was skille ich denn? Was hast du geskillt vor Troll? Ich habe geskillt. Als erstes ist eine Kuh. Das ist der Wirbelsturm. Ja, mit dem zu treffen ist ziemlich unwahrscheinlich. Okay. Ich glaube, ich mache auch die Kuh. Rasa Fiora. Hallo, ich komme doch schon. Das will denn der Warwick überhaupt? Hässlicher Homo. Er ist halt ein Homo. Alter. Er hat gesagt, weil in our team there is no place for a set. Ah. Ah, okay. Oh Gott. Der Yasuo ist da. Der Yasuo will unseren, unseren, was ist das? Blue, oder? Ja. Ja, ha, ha, ha. Ihr seid jetzt viel zu früh raus. Ihr hättet jetzt warten müssen, bis er da ungefähr ist. Ich bin jetzt lieber nicht. Egal. Ihr hättet jetzt first blood gemacht, hätte der Kass hat denn von drüben mitgeholfen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob man so Kassel denn spielt. Ich bezweifle es gerade irgendwie. Kassel, ja? Mein Spiel komplett ohne Minions. Jawohl, sie hat den ersten verpasst. Ist die schlecht? Jetzt nehme ich mir auch Minions. Den, den sie jetzt ab sofort nicht mehr kriegt, nehme ich mir. Oh Gott, den wollte ich mir nehmen. Lol, den wollte ich mir auch nehmen. Ah, ich habe meine erste Kuh schon mal getroffen. Komm, wir hätten first blood gemacht. Oh Gott. First blood ist ja noch nicht raus, oder? Nein, ich glaube, ich kaufe mir ein Sunfire. Komm, 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 komm. LOL. Hätte ich geflasht, dann hätten wir sie. Noisy nimmt sich nicht entdecken, okay. Dann halt nicht. Ah, ha, 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 ha. Ich bin, äh, erstes, äh, ne, ich bin zweites Blut. Ich habe gerade first blood gemacht, ja. Ja, so geht ungefähr voll ab. Ich komme gleich wieder. Und was kaufe ich mir als erstes? Eine Rüstung. Für meinen geilen Sunfire. Ja, ja, jetzt wisst ihr mal, wie ich Janna so spiele. Auf Full Troll. Und ich spiele ein bisschen passiver. Okay. Nicht mehr so offensiv. Gute Entscheider. Ja, du, der... Äh, äh, Ding, ja, du, geht ungefähr voll ab. Wir haben keine Chance gegen Full AP Troll, Janna. Ja. Tja. Oh, das war mal ein verhauner Wirbelsturm. Egal. Ich mache es einmal so Quick, Quick... Äh, wie heißt das? Quick Aim? Heißt das Quick Aim? Immer so ganz schnell Ziel und einfach irgendwas haut. Keine Ahnung. So die Kuhtaste so hämmert, so. Bam Bam! Weißt schon, wie ich meine, oder? ahhhhhh so war sein wirbelsturm macht übelst den krassen schaden ahhhhhh ahhhhhh ahhh oh god oh god NEIN oh mein gos die schläge und ich bin unter half live sauber Ok, ich stehe 1-1-1 und Jinx genauso Sehr schön Set steht halt jetzt 2-0 Dafür steht sie wieder 0-2 Alles klar Er hat nur einen Dorans und geht ungefähr ab Äh, bei meinem Set genauso Er hat nichts und geht ungefähr ab Was geht denn da schief? Oh, 0-1 Olli, sauber Ja, ich sag doch, der geht ab Der macht 2 so Qs von dem ist es, glaube ich Unten einen Wirbelsturm und ich habe fast kein Leben mehr Sauber Siehst du, wie der mich runterhaut? Nee Alter Das macht keinen Spaß Okay Ja, so ist viel zu krass Ich weiß nicht, was mit dem los ist Oh Ich hätte gedacht, meine Wirbel macht ein bisschen mehr Schaden Oh mein Gott, sorry Scheiße Das war nicht beabsichtigt Oh Gott, unser Damage ist ja außer Zerts Oh, hätte sie den getroffen, der wäre wahrscheinlich wieder tot Oh Gott, ja so hat seine Ulti Oha Oha, du bist Level 5 Oh Der Set ist irgendwie ein bisschen besser Der weicht den Skill-Shots von ihr besser aus Alter Ich bin ja Oula, wenn er mit seiner Ulti untern Tower reinspringt Er reißt ungefähr den asozialsten Schaden Und das mit einem Doran Siehst du, Warwick, Warwick Er hat nur einen Doran und haut Warwick runter Mit einem Doran Ja, mit einer Dorans Klinge Ja, ja, ist mir schon klar Dafür läuft es bei uns ziemlich geil Ja, von mir aber nicht Ja, endlich Aber Oh Mann, ich hab kein Mana Ich hab kein Mana, ich hab kein Mana, pass auf du Lol Mein Schild hat sie gerade gerettet Geh weg, geh weg Lol Nice Sehr schön Das war mein Erfolg Ja, jetzt kann ich nichts machen Er hat mein Schild einfach down gewürztet wie nichts Oh Mann So, jetzt hab ich auch meine Ulti Sauber So, Sunfire ist fast mein Ja, so hat Eifer Und ein vampirisches Zepter Und eine Dorans Klinge Ja, der geht auf Statik Stich Oha Oha Geh er ab, da Hätte ich den jetzt erwischt, meinen Wirbelsturm, dann wären sie tot Oh, Wobig Ich brauch doch auch den Kill Haha Jawoll 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 Nice War zwar ein bisschen zu spät, aber Egal Egal Egal, ich hab mein ADC gerettet von dem her Echt? Ja Gleich nicht mehr Ja, der stirbt es dann, glaube ich Komisch an Komisch an Komisch an Verdammte Yasuo War ich da? War ich da? War ich da? Ich hab gerade eben bei neuen Akali da Ich glaub' die geht wirklich in den Jungle lol da ist ein Set oh gott wir reißen ja den assozialsten Überall Damage echt? ja gut so ich reiß nämlich gar nichts aber ja Suho will mich glaube ich fertig machen und er schafft es oder was lol weil sie ja so zerstört er hat verpackt die zerstört den hässlichen oh gott lass mich doch in Ruhe ich brauche Hilfe Mann oh Mann jetzt bloß weg von mir ihr könnt mir nicht towerleifen wie geil Mann oh Mann 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 Hilfe Hilfe Warwick ist bei euch und Kassadin und Jinx kommt auch gleich wieder ja ja hab schon gesehen Sauber ich hab zwar bloß einen Assist gekriegt aber egal ja ich glaub ja so ist jetzt irgendwie äh das wie dann tja weil er mich nicht gelegt hat oh vor allem halt wie knapp ich hatte noch 80 Leben wow krass aber aber da kann ich mir gleich mal alle 3 healpots reinhauen um mich wieder versuchen hochzuhalen um mich wieder versuchen hochzuhalen sauber sauber na ich brauche meine ulti definitiv um Yasu fertig zu machen mhm 20 Sekunden dann kommt der Dingtop ja ja wenn er mich unter dem Power angreift dann kann ich ihn auch so machen so wie das letzte Mal ah ne doch nicht ist wieder da oh wir reißen ja den asozialsten Damage good job ich hab am Anfang ein bisschen getippt und dann oh krass oh krass ha 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 Alter wir reißen gar nicht den krassesten Damage ungefähr oh Gott der Tau ist gleich tot oh Gott oha boah ich läuft's da NICHT mein Gott man ich geh back jawohl ich bin weggekommen ich bin weggekommen ich stehe ich 1-3 man hm nice ich kann mir mein Sunfire nicht fertig kaufen hm ähm ja die Jinx braucht ein bisschen Hilfe oh lol hättest du dann halt dein Stun gemacht man oh man komm herde ha 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 lol ist die schlecht ha 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 ich mach mich auch noch fertig du machst mich nicht fertig meine Liebe lol ich brauch Hilfe sauber sie trifft sogar noch hat sie ihren Bluetooth schon voll ne wahrscheinlich gerade erst gekauft Tauber ist er schon wieder tot oh lol unser Team ist ja voll krass hm ist auch das Toplane und Mitte schon Tower fehlen na ist er ruhig Double Kill oh jetzt ist er tot ich komm dir entgegen ich hab die Akali vorher schon Solo gelegt so toll ist die nicht ich hab die Akali vorher schon Solo gelegt hatte ich auch ein bisschen mehr Leben aber egal ja 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 hehehe hehehe ich stehe 2-4 ich stehe 2-4 hehehe oh man bei dir läuft's ja das ist ungefähr gar nicht mal so lustig gegen den blöden Ding gegen den Scheiß ja so der ist halt einfach voll krass aha Jinx Death warum Death wo Deffen da ist eine Diana mit Doppeldoorn komm auf komm auf komm her du jawoll sehr schön also ich find's ja einfach nur weil mein Team wir sind alle so groß ich krieg zwar null Minions aber egal was ist denn in der Mitte ich bleib jetzt einfach immer bei der Jinx und fertig ich komm auch Mitte jawoll jawoll sehr schön sehr schön komm pushen oh Gott kann einer mit kom das ist die Fall oh der geht der pusht nicht weiter schade ja ich bin ich bin die ich bin Die Dauer Du hast den Dauer gekriegt Dauer hast du einen Narzisst gekriegt Und ich hab dir mein geiles Attack Damage Shield gegeben Als man freu Wir sollten backhand hinten oh mein gott nice danke morgen die tellen da kommt der diana der ich würde mich im bus stellen für den weg oder ein bisschen weiter rennen ja 900 gold okay das sind obwohl kann ich irgendwas verkaufen die 50 jahre und akali und sie wollen mich glaube ich aber jetzt haben sie ein bisschen wort gefunden er kauft von uns zwischen wort und ich habe einen riesen schweck auf wo gehen wir hin ich warte noch 30 gold dann komme ich mit dir mit 20 gold ich stehe 429 alter jana ich stehe 3-4 schon langsam hol ich auf jana ist voll lustig ich kaufe mir ein rabatons so jetzt habe ich ein mana regenerations item ein tank item und ein auf speed und abklingzeit item als nächstes muss ein magie item her schau ich habe mir einen testen uhr gewartet hast du dich auch von denen habe ich jetzt gar nichts gekriegt habe ich alle drei oder so ja so ja so ja so ja so er kommt mir ob er das alles er hat gemerkt Fokus Set, der kann nix Ja, aber dafür kann Yasuo umso mehr Zauber Ich geb dir noch ein Schild Danke, ich muss weg Danke, mein lieber Marvin Oh geil, endlich schlicht ausgesprochen Oh, 34, 14, wir dominieren Vollgas Jawoll Oh, der Yasuo, oh, der Yasuo Okay, der Yasuo ist zu krass, jetzt stehe ich 4, 3 Egal Egal Der Yasuo ist nämlich echt richtig krass Extra für den Yasuo kaufe ich mir jetzt ein gebrochenes Herz Weil ich ihn zu lieb hab Echt, Alter, schau mal wie krass der Yasuo ist Ich hab's gemerkt, Alter, ein Blutdürster, der End die krassen Sachen Der geht ungefähr ab Ja, ja Wegen den Willi nicht kämpfen Zumindest nicht alleine Was bringt eigentlich mehr, ein Randüins oder ein gebrochenes Herz Abklingzeit, äh, äh, Angriffstempo und Ne, das verringert Angriffstempo und das verringert Lauftempo und Angriffstempo Ne, kauf ich mir ein gebrochenes Herz Oh, da ist wieder alles in der Mitte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja, ich geh top Was, warum? Äh, schau Okay, gut Ist der Tower schon weg da hinten? Ja, ist alles schon weg, ungefähr Also der Inhip Tower steht noch, aber der Rest ist weg Ja, gut, ja, das meinte ich, ob der noch da ist Der ist noch da Aber Botlane Tower, bräuchte mal Hilfe Botlane mach ich Cool Also Farming geht mit Chana doch nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte Oh Gott, mit der Die dürfte ihnen doch kein Geld geben, da machen die ja noch irgendwann mal was So, Set hab ich zerlegt Was wir jetzt mit Blutwürster kaufen Lol Sauber, Warwick geht auch gut ab Oh ja Oh, sie hat mein Schild geblockt, äh, mein Mann, meine Kuh Nice Zeig doch, Warwick geht gut ab Oh ja Anschauen wir uns Ah, bisschen was, aber nicht viel Mensch mal Pasch schon, reicht aus Reicht aus Alter, da fühlt sich grad auf über dich Dass du so toll bist 5-4, gut, geh im Hals im Maul Alter, würdest du ja gern gegen Yasuo spielen können, oh Marvin Lock weg Aaaaaaah Oh Gott, ich kann dir aber nicht helfen Geh einfach Er hat mir selbst geholfen Ich hab erst in 40 Sekunden ne Ulti Und ohne Ulti lege ich ihn nicht Ich hab gedacht, der hat mich gesehen, aber UKS-Button, no Wubbel, ah ja Wenigstens unterstützen mich die Anderen Oh Gott, oh Gott, der ist so krass, der ja so Vollkrieg Siehst du das? Jawoll Geh weg von mir Wetten die Tank jetzt zwei Tower weg Oh Gott, tut's ja nicht Wir gehen ungefähr ab, das ist nicht lustig Jo, ich hab's gesehen Nein Ich bin wieder 5-5 Rückgängig Sauber Fiora, 0 Damage Tja Vielleicht warst du in der Yasuo Ulti, dass du kein Damage machen kannst 40, 20 steht's Alter Und 10 von den 20 Kills hat Yasuo Ja toll Bot Tower wird ungefähr angegriffen Neiice Jaa, den hab ich auch fertig gemacht, der kann nichts, den hab ich mit einer Kur auf halbes Leben runterkauen Sauber Oh, Yasuo Ulti Oh, Yasuo Ulti Aha Ich komm mit der Gleich kommt der, super Support Ganz gut Jawoll Jawoll Ah, läuft's Lauf bei uns Oh Gott, schon wieder ein Yasuo Ich will nicht gegen Yasuo kämpfen Der ist einfach zu krass Los Kasser den, kämpfst du gegen ihn Oh, er hat den Schaden gesehen und ist geflüchtet Oh Eik, Udo, echt Geh da Ja, ist doch wahr Kann selber nix auf 40 erstmal auf Das geht Oh Gott Oh Gott Ups Wollte ich nicht Oh Oh Double Kill Oh W Double Ks Oh Oh Egal Ich bekomme ihn auch noch, dann halte ich einen Triple Wo ist die? AHHHHH Oh mein Gott Komm her, komm her Hilf mir! Gib mir den Quadra! Oh, ich wollte ein Fenster machen! Nein, tut mir leid, ich wollte, dass du wegkommst Ich sag doch, dass er nichts kann Zwei Qs und ich hab ihn herunten gehabt Sauber, ich geh weg Mann, das wär fast ein Quadra gewesen mit Chana Egal Ist doch egal, Hauptsache du hast überlebt Für meinen Triple bin ich geflasht Ja, für den Quadra hat's nicht mehr gereicht Egal Alter Mit Chana fast ein Penta gelegt Was will er denn jetzt wieder? Oh mein Gott, Fiora Was will er denn die ganze Zeit? Wir haben kein Tank Brauchen wir nicht Wir sind alle so ein bisschen off Tank You Tank, oh mein Gott Was, wer tankt? Ich tank mich, darauf hab ich keinen Bock Tank spielen ist langweilig Ich kann versuchen Tank zu gehen, aber mehr Tanki geh ich nicht Ich will jetzt dann Rabadance Ich hab grad mal eine 20er Blutwürste Aufladung Sauber Ich brauch 30, ich will, dass mein Blutwürste da 100 Angriffsschaden macht Cool Komm, ich will noch mein Quadra Das war ganz lustig Ja, klar war's lustig Das war halt echt geil, hallo mit Chana, Quadra Vor allem, ich hatte ja nicht allzu viel Oh Gott, oh Gott, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück Passt bissl auf Ja Oh, Warwick Was geht, Tashi? Wo geht der? Oh, Warwick Siehst du wie der das wieder hochhielt? Ja, ja Einen Angriff und der hat's schon wieder hochgehealt gehabt Zweiter Angriff und der hat's schon wieder fast hochgehealt Oh oh Sauber So, was wirst du jetzt, du hässlicher Kassadin LOL Ich bring sie um Danke Meine Ulti ging irgendwie ein bisschen zu spät an Nice, dafür kriegst du sogar noch einen Assist für den Turm Hey, ich hab Red gekriegt Voll geil, ich mach schnell weg und kauf mir was Hä, ich hab wieder keinen Cool da auf meine Ulti Obwohl ich sie eigentlich gemacht habe und sie auch losgegangen ist Weil die Akali stand dann auf einmal hier Okay, ich glaub das war grad ein Spielfehler oder so, aber Egal So, Eifer hab ich jetzt auch schon Sauber Äh, nicht Eifer Letzte Art hinzug, so ein Schmarrn, was will ich mit Eifer Ja Oh, dann kannst du ja Statik Stich kaufen Ja bestimmt Schuhe hab ich mir auch noch gekauft Ah, Schuhe hab ich schon eine halbe Ewigkeit So, endlich macht mein Blutwürste, hab mein Blutwürste eine 30er Aufladung Schau mal wie schnell ich bin Voll geil Ich überhole dich gleich Ich hab nur normale Schuhe Ich hab Aufgeht hier unter Schuhe und ich hab meine Passive Hast du ein bisschen auf, hast du ein bisschen auf Nee, ich will den nicht Ja, ist klar, wo will ich das mehr so nehmen, aber Ich hab leider noch 30 Sekunden bis meine ... ... ... ... ... ... ... Zauber Das ging schnell Verleck mir Mors Zauber Jetzt hab ich kein Leben mehr Krass, krass, krass Krass, krass Okay, okay Was hat eigentlich mein Sunfire für ein Radius, das wüsste ich mal gern Ansonsten verkaufe ich den wieder, wenn der nicht geht ... ... ... ... ... ... ... ... die eine gewollte eine smite der vorweg zweiter mehr der mit ihnen wecken ganz normalen nicht mal decken ganz normal mit mir zweite dass ich einfach weg und bei einer will da hinten Busch, Dev, Push, Dev, die können sich auch nicht entscheiden ho ho, Dev ist der Jena krass? ne irgendwie nicht aber die sind krass jawoll oh, hat der Jena zerlegt oh und Jings ist doch eigentlich auch mal gar nicht oi da, die ist fast Full Build Jings geht auf Full Schaden ich hätte sie mehr auf Attack Speed gespielt, aber egal oh ja, so, oh Gott geh mal ein bisschen zurück ja, so verliert nämlich irgendwie kein Leben mehr hm könnte vielleicht dran liegen, dass er seine Passive hat lol hast du den Schaden gesehen? läuft bei dir da hast du den Schaden gesehen? alter und das war nur eine Kuma, die zweite habe ich nicht mehr drauf gebracht ja, ha sauber los, komm her, du kleine Leier wo ist sie denn hin? ah, da ist sie alle hauen ja Flash raus sauber Fokus irgendwen wild ist die Fokus, ey aaah nice alter Marvin, unaufhaltbar bin ich mittlerweile und du hast ein Triple Kill gelegt dank meiner Hilfe ja hast du mir wieder deinen Dings gegeben dein Shield ja, und meine Ulti ist auch geil und ich habe kein ich habe kein Leben verloren ganz geil Marvin ganz geil ganz geil haben wir echt gut gemacht, ey super Team aber schön haben die irgendwie viel krasse Magier ja, dann kaufe ich mir Egidio als nächstes es ist Zauber, jetzt zerlegen wir sie Oh man hört deine Atmen Echt? Ja Okay, sorry Sie haben keine Chance mehr, ich weiß nicht was sie wollen Ich mach ein Yasu, ist mittlerweile nicht mal mehr krass Doch der hat noch ein Ding Was hat er noch? Sauerbar Der hat einen Guardian Angel Oh Das ist halt nicht so freundlich von ihm Ich glaube ich muss die Seavir machen, die Seavir kann nämlich gar nichts Oh wie sie schon kriegt Da geht's ab Alter Alter Du brauchst doch nicht davon Stürbendlich Eigentlich unbekleine Seavir Vielleicht noch nur den Seavir vor Jawoy Auf die Seavir Alter Wie sie nicht herkommen will Alter Uups Du kleiner Steeler Pfff Nice Geiles Game Ich steh positiv mit Chana Ich auch Wenn's euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt Lasst doch ein Abo da Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao